Ein herzliches Grüß Gott aus dem Weißen Rössler am Wolfgangsee. Ich habe heute diese wunderschöne Hochzeitssuite bekommen, die ich euch jetzt gerne mal vorstellen möchte. Wenn man hier zur Tür reinkommt, hat man als erstes die Badewanne im Blick. Auch sehr schön, die ist hier sehr schön eingebaut in diese Dachgarbe hier rein. Die Hochzeitssuite ist hier im Dachgeschoss des Weißen Rössls. Und dann kommen wir hier zur Linken ins Badezimmer rein. Das ist alles da, was man braucht. Im Hotel dieser Klasse ist alles vorhanden. Mit den üblichen Zutaten, die man braucht. Hier auch Badelatschen, alles da. Das Haus hat einen sehr, sehr schönen Wellnessbereich. Handtücher ausreichend vorhanden in der Dusche. Auch genügend Platz. Ja, dann machen wir mal ein Schwenk hier lang. Wie gesagt, dann hier ist diese Badewanne schön eingebaut. Da gibt es den Balkon. Da machen wir gleich mal einen kleinen Blick daraus. Also diese wunderschöne Landschaft am Wolfgangsee. Hier ein kleiner Schwenk über die Berge und den See. Idyllisch schön. Und dann gehen wir mal ins Zimmer. Wir haben hier einen Schreibtisch mit Telefon und allem. Ein großer Flat-Screen-Fernseher. Auch mit der Minibar dazu. Und hier ist auch ein Zustellbett. Ja, das ist die Frühblüherallergie. Und hier ist das malerische Bett, das hier eingebaut ist. Ein schönes, rundes Bett. Und dann kann man hier aus dem Fenster herausschauen und sieht direkt auf den Wolfgangsee. Wir sind also direkt über dem Wasser. Und genießen die Frühblüherpollen und den Blick nach draußen. Ja, das ist also die Hochzeits-Suite im Weißen Rössel am Wolfgangsee. Idyllisch schön. Perfekt. Was will man mehr? Übrigens ein Wasserkocher ist hier auch in diesem Schrank drin. Ist also an alles gedacht. Ja, da freue ich mich doch auf ein paar schöne Tage.